Ich habe von einer meiner Stammkundinnen wieder eine Auftragsarbeit bekommen und zwar soll es eine Geburtstagskarte sein zum 85. Den einzigen Anhaltspunkt den ich bekommen habe, dass das Geburtstagskind Blumen sehr gerne mag, was mich natürlich sehr freut, da Papierblumen ja meine Spezialität sind sozusagen. Deshalb habe ich erstmal ein paar Röschen gemacht in Aprikot, in Mintgrün und aus Buchseiten. Und die habe ich dann nachher benutzt, um eine hübsche Vintagekarte zu machen. Und dabei könnt ihr mir in diesem Video über die Schulter schauen. Ich wünsche euch viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt auch monatliche Giveaways, dazu gibt es auch ein Video, verlinke ich euch unten in der Beschreibung, ansonsten findet ihr mich auch auf Facebook, Twitter, Instagram und Dabanda, die Links seht ihr hier oder auch in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Basteln und hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!